Hallo und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video und damit herzlich willkommen zu einem neuen Backrooms-Game zusammen mit Jolfa. Wir spielen heute ein Backrooms-Survival-Game, das heißt es ist kein klassisches Backrooms, in dem wir irgendwie straight durch Level laufen, sondern wir müssen hier in den Backrooms überleben. Es gibt eine große Map. So, ich muss jetzt hier gerade meinen Charakter machen, das heißt wir machen hier Voice-Typ Female und Player-Skin. Können wir Male-Body-Builder machen, Male-Solder. Oh, ich nehme den Soldier. Und wir können jetzt hier zum Beispiel eine Profession, also eine Klasse eingehen, das heißt es gibt einen Paramedic, einen Pharmacist, einen Builder, Janitor, Electricity, Security Guard, Burglar und was nicht noch alles. Kannibalen, Serienkiller, Deal more damage to entities. Okay, ich bin der Serienkiller, ich bin 30, warte mal, gibt es hier noch ein bisschen was? Streamer. Okay, Streamer, Chef. Ach, wisst ihr was, ich nehme den Streamer, Leute, ich nehme den Streamer. Jo, wir gehen auf jeden Fall rein, wir joinen in den Schulvergleich und los geht's. War das gerade, war das ein Zug? Hast du das auch gehört? Nee, ich hab, ich, ich hüpfe hier nur. Hier hat sich gerade, warte, hier liegt auch irgendwas. Hast du deinen Voice-Chat ausgemacht, Bro? Äh, ich glaube ja. Weil ich hab dich gerade gehört. Uuuh, ne Pfütze. Gibt's hier Voice-Chat? Ja, ja, in den Einstellungen. Ich hab dich nämlich gerade gehört, als du gesagt hast, dass ich stinke. Äh, was? Ich hab, äh, äh. Nein, aber es gibt wirklich Voice-Chat. Äh, Settings und dann General und dann unten. Disabled, okay. Genau, genau. Okay, sehr gut. Alright, wir sind, wir sind hier. Nicht, dass du mich zehnmal hörst, ey. Und, und, und was müssen wir hier machen jetzt? Ich hab Angst. Einfach überleben und in den nächsten Abschluss kommen. Unten rechts hat man übrigens... Jo! Was denn? Hast du das nicht gehört? Was? Keine Ahnung, da war wie, wie wenn irgendwie so eine Pipe explodiert wäre neben mir und da wäre Gas ausgetreten. Ne, das hab ich nicht gehört. Alter, Vater, was ist das? Oh Gott! Was denn? Oh mein Gott. Bist du tot? Nein, aber hier, diese Pipe, geh mal hier hin, geh mal da hin. Boah, ich muss den Sound leiser machen, ich sterbe gleich. Ich hab gar nichts gehört, ich hör nur Wasser, das tropft. Oh mein Gott. Alter Schwede. Ich bin gerade ernsthaft erschrocken von der Pipe. Mann. Äh, unten rechts hast du auch so eine Happiness-Skala, ne? Hab ich nicht. Und dein Typ unten rechts, so zwei Masken? Ne. Hast du nicht? Ne. Ich glaube, ich muss hier mal... Ach, okay. Hat ist disabled. Warum ist der hat disabled? Aber ich seh trotzdem nichts. Ah, okay. Aber du siehst unten links dein Leben und Essen und so. Nö. Was? Nein, seh ich nicht. Dein Game ist kaputt. Was ist das denn? Weil eigentlich hast du ja eine Essens- und Trinkensanzeige, eine Lebensanzeige. Du siehst, ob dein Charakter... Ja, noch halblich. Was ist denn? Da ist ein Kettensägen-Typ. Wo? Junge, was ist das für ein Game? Wo bist du? Keine Ahnung, man. Ich bin weggelaufen. Ich habe gerade den Grafikstil von Dark, von Classic zu New Style umgestellt. Oder andersrum. Ja, okay. Boah, Junge, bei mir wird gar nichts angezeigt. Da bist du. Alter Schwede, ich kann nicht mehr. Oh, hier liegt was. Hier liegt was. Aha. Toll. Okay, ich habe was aufgesammelt. Toll. Was kann man den Grafikstil umstellen? Oh oh. Oh, ich bin schon im neuen Style. Oh oh, da hinten ist jemand. Aber warum wird mir nichts angezeigt? Oh ja, das ist der Kettensägen-Dude. Ja, der ist mir gerade nachgelaufen. Wow, jetzt habe ich das Rohr auch gehört. Junge, was ist das denn? Weiß ich nicht, warum dir nichts angezeigt wird. Das ist natürlich strange. Picked up Fire Enhancement Kit. Vielleicht sollten wir auch zusammenbleiben, meinst du nicht? Ja, wo bist du, du? Keine Ahnung. Ich wollte auch eigentlich nicht weglaufen. Ich bin vor Angst. Boah, diese Kackpipes, ne? Diese Kackpipes. Da bist du. Ich habe irgendwas gefunden, aber ich habe auch kein Inventar. Doch, auf Tab. Ah, okay. Use. Okay, jetzt sehe ich. Auf Tab kannst du alles Mögliche sehen. Jetzt sehe ich, aber immer noch nichts. Aber ja, komisch, dass du die andere Anzeige nicht hast. Aber hast du oben rechts deine Slots? Nein. Hä? Hä? Okay, warte mal. Moment, das müssen wir erstmal reparieren. Was zur Hölle? Warte mal kurz, ich habe mal meine Aufnahme kurz pausiert. Guck mal, in deinen Einstellungen. Warst du mal eben? Okay. So, jetzt habe ich es. Ich kann nämlich nicht lesen. So, okay, gut. Ja, dann können wir starten, ne? Du hattest Disabled hat Enabled, ne? Ne, habe ich nicht. So, gehen wir. Okay, egal. Lass hier lang. Warte, wo läufst du hin? Weiß ich nicht. Okay. Aber du siehst ja auch unten rechts deine Happiness-Dings, ne? Mhm. 91 Prozent. Wie viel Prozent hast du? 91. Wieso ist deiner Glücklich als meiner? Weiß ich nicht, weil ich dir auf deinen Hintern gucke wahrscheinlich. Kann sein, ja. Vor allem wie du gehst. Einfach wie the Boss, man. Wieder aller, aller echt. Okay, wir müssen Gegenstände finden. Essen und Trinken finden. Welche Profession hast du genommen? Äh, boah, weiß ich gerade gar nicht. Ich habe Streamer genommen. Hier ist ein blutiger Handabdruck. Ich habe Streamer genommen. Ich weiß gerade gar nicht was. Kann sein, dass ich Athlet genommen habe, dann kann ich ein bisschen mehr rennen. Okay, ich habe Streamer, dann habe ich mehr Glück, dass ich seltene Items finde. Ja, Moin, er hat den Streamer-Loot. Ich wollte erst Serienkiller nehmen. Oh, hier, einen Energy-Drink habe ich gefunden. Ja, er hat direkt Streamer-Loot gebucht, Junge. Oh, ich habe einen Energy-Drink. Okay, also hier in dem Game gibt es auch viele verschiedene Ebenen. Mhm. Ich habe das einmal allein gespielt vor vielen Monaten. Und hast Angst bekommen. Ja, oh, da liegt was. Oh, noch so ein Stoffsack. Jetzt habe ich schon zwei davon. Oh, er hat einen Stoffsack gefunden. Oh. Ja. Äh, was ist da? Ich habe einen Löffel, aber was ist der da? Hallo? The Vending Machine appears to still work. It looks not to the backpoints to purchase something. Der Kattensängtyp! Oh, okay, ich habe... Hörst du ihn? Ja. Okay, also hier... Oh, mein Gott! Ich habe Damage bekommen. Wieso kriege ich Damage? Oh! Von der Puppe, von der Puppe, die folgt uns! Oh, wenn du dich umdrehst... Oh, oh, die bewegt sich nur, wenn du... Oh, shit. ...wenn du wegguckst. Oh, no. Oh, hell no. Lauf! Hast du eine Taschenlampe? Nein, habe ich nicht. Wie hängen wir die ab? Weiß ich nicht. Laufen. Okay, okay, okay. Oh, warte hier. Trapdoor. Oh, go down this trapdoor to the level below. Komm mal her. Ja, okay. Sollen wir runtergehen? Ja, ja, ja. Okay, okay, okay. Dann gehen wir runter. Yes. Okay, nice. Yes, wir gehen runter. Wir gehen runter. Backtracking corrupt. Oh, wir haben gleich einfach... Oh, junges, reile Achievements. Drei Achievements. Ich will hier nicht sein. Wieso geht denn meine Taschenlampe nicht? Ich habe eine Taschenlampe, die macht kein Licht, wenn ich sie anmache. Ih, wie sieht es hier aus? Ja, sage ich doch. Was ist das denn? Das ist ja... Ja, es sieht aus, als wären wir in einem Alien-Film. Crazy. Warte mal, muss ich die vielleicht? Warte mal kurz. Ich muss, glaube ich... Kann ich die Taschenlampe mal bitte? Äh. Junge, diese Taschenlampe geht nicht. Vielleicht brauchst du Batterien, du Honk. Ich habe ja Batterien. Das ist ja das Ding. Okay, hier sind irgendwelche ganz komischen Sachen. Was ist das für ein Level? Oh, ich habe ein Licht gefunden. Geil. Ja, Plan. Da stand eben aber auch, das sind die Torture Rooms. Die Folterräume oder so. Okay, also ich habe zumindest Licht gefunden. Ich glaube... Was sind das für Sounds? Boah, das ist ja übelst, die Psychose, Mann. Das ist komplett dumm. Hier sind Gitterstäbe. Warte, ich muss mal gerade rausfinden, wie ich meine Taschenlampe reloaden kann. Yo! Wo bist du? Yo! Ich bin hier weg, Mann. Wo bist du? Ich habe ein Vieh gefunden und das sieht gar nicht gut aus, Mann. Das sieht aus wie du früh morgens, wenn du aufstehst, Junge. Ich höre dich, ich höre dich. Nee. Komm hierher. Doch. Weißt du, das Ding ist, ich habe... Was hast du denn gefunden? Ich habe einen Löffel gefunden und ich kann ihn nicht als Waffe benutzen. Okay, und wo ist das Vieh? Da geradeaus war es hier. John Wick könnte mit einem Löffel alles killen und ich kann ihn nicht benutzen. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar dumm. War das Vieh nicht tot? Hat sich das bewegt oder was? Natürlich hat sich das bewegt. Junge, was ist das für eine Frage? Ich dachte vielleicht, dass es nicht lebendig war. Du dachtest, da liegt vielleicht ein toter Hase, den wir häuten und essen können, weil wir Hunger haben. Ah! Genau das Vieh, von genau dem Vieh habe ich geredet. Was ist das denn? Oh, Junge, 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 Junge. Bist du tot? Nee, nee, nee. Ich bin weg, ich bin weg. Mhm. Und du? Lucky Escape, ja. Ich bin auch nicht tot. Aber hier unten habe ich so den Eindruck, finden wir nichts. Es wäre vielleicht besser gewesen. Wir wären oben gewesen. Alter. Gefühlt gibt es hier unten gar nichts. Ich muss mal gerade rausfinden in den Steuerungen, wie ich nachladen kann. Fuck my life. Der hat eine Spitzhacke in der Hand, der Otto. Fuck my life. Hey, aber ich kann keine... Mann, mach doch die Batterie in die Taschenlampe. Jo, ich muss nochmal wegrennen, also ich weiß nicht. Oh, ich hab's. Yes, jetzt hab ich ne... Oh, ich hab ne Taschenlampe jetzt, die funktioniert sogar. Oh, scheiße. Irgendwas hat dir gerade Mama gesagt zu mir. Was? Ich bin nicht deine Mama. Oder ich hab Mama verstanden. Hier sind eigentlich nur Käfige, hier ist gar nichts. Mama? Da war so ein Start und wie ich... Oh, ich hab was gefunden, was ist das? Ich hab ne fucking Uhr gefunden. Was will ich mit ner Scheißuhr? Kann man die essen? Weißt du, wie spät es ist? Kann man die essen, die Uhr? Noch haben wir noch... Hast du schon Hunger? Oh! Alter, was hab... Was hab ich hier gerade gesehen? Ein Smiler? Ich dachte, ich hab dich gesehen, aber das Vieh war voll lang und dünn und ist hier so lang geschlichen. Junge, was ist das für ein Game? Hier sind eine Million von den Viechern. Irgendwas ist lachend hinter mir hergerannt. Also, das Game ist nicht normal, Mann. Oh, aber ich hab... Oh, ich hab Munition für ne Waffe gefunden. Oh, schön. Es gibt Waffen hier, falls ich das nicht erwähnt hab. Wir können hier... Ich will hier nicht mehr sein! Wo bist du? Junge, ich will hier wieder hoch. Hier ist was... Oh, hier ist was von der Decke getroffen. Bobby, mir erschreckt, Alter. Alter, was sind das hier für Viecher? Oh, verfuckseck. Ich will nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr. Was ist das für ein Psychosenlevel? Ich hab ein CD gefunden. Schön, Tjulfa. Toll, ich will hier wieder raus. Ist das für ein Psychosenlevel? Hä? Geh halt! Ich halt dich nicht auf. Ich finde den Kackausgang nicht mehr. Was ist das für ein Spiel, Junge? Oh mein Gott, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Ich bin gleich sowas von tot. Mir rotiert's schon wieder im Magen, Alter. Junge, ich... Bist du das da hinten? Ich bekomm, ich werde paranoid. Ich werde paranoid. Oh shit! Oh mein Gott! Junge. Das ist nicht normal. Was ist das für ein Game? Oh, die Aurodox, lad das Spiel runter. Oh, ich hab's nächste Level, ich bin raus. Bin im nächsten Level. Bin im nächsten Level. Danke, und welches ist das? Wo ist das? Ist ein Irrgarten, ist ein Irrgarten mit Hecken. Toll, besser wie dieser Psychose-Shit hier. Ich bin vor so einem Vieh weggelaufen, da hab ich die Falltür gefunden. Ich bin einfach reingesprungen. Okay, es ist eine Falltür. Mhm, es ist wieder eine Falltür. Oh, ich werde hier nie in meinem Leben rauskommen. Ich schwör's dir. Werde ich nicht. Ich werde hier bis zur Unendlichkeit versauern. Meine Sänetie geht drunter. Ja, ich hab auch nur noch 72%. I'm so dead. Kannst du ungefähr das Environment beschreiben, wo du runter bist? Nicht, ne? Alter, das sieht alles gleich aus. Nee, das stimmt nicht. Ich bin vor so einem Vieh weggerannt, weil ich mich erschreckt hab. Und da war auf einmal dann die Falltür. Voll Glück muss man haben. Sei tjulfer. Du hast doch das Streamer-Glück gebucht, Alter. Ja, aber da stand nix von, du findest irgendwie ganz einfach eine Falltür. Du fällst in den Ausgang. Ja, diese Irrgarten ist aber auch nicht viel besser. Das sag ich dir schon mal. Ich hör schon irgendeinen Summen. Meiner dreht durch. Der dreht völlig durch. Oh, warte, der hat gerade irgendwer geschrien. Das war ich wahrscheinlich. Warte, du hast vorhin gesagt, hier tropft es nur von der Decke, ne? Das hab ich gehört. Das heißt, da irgendwo in der Nähe war der Ausgang. Korrekt? Ja, aber es tropft an mehreren Ecken von der Decke. Okay, das ist die einzige Ecke, die ich gefunden hab. Oh, nice. Ich hab aber die Leiter wieder gefunden nach oben. Oh mein Gott, ich hab ne Leiche gefunden und ich kann sie essen. Ich misier die Leiche an und hier steht einfach Kannibalismus. Okay, ich bin wieder da, wo wir vorhin ganz oben waren. Ich hab noch nicht so viel Hunger, dass ich ein Leichen esse. Junge, ich bin wieder im ersten Level. Echt jetzt? Ja, ist falsch, ne? Ja, das ist falsch. Ja, das ist aber nicht gut. Ich will hier nicht mehr sein. Irgendwas schreit hier. Es wird lauter. Hä, wieso bin ich jetzt random irgendwo anders? Sollten wir nicht zusammenbleiben? Ja, eigentlich schon. Was soll ich denn machen? Weiß ich nicht. Bleib zumindest da stehen, wo du bist, damit ich dich finden kann. Ey, du wirst mich hassen. Ich hab das nächste Level gefunden. Junge, das kannst du mir nicht antun. Ich komm mir nicht mehr raus. Nein, mach ich auch nicht. Mach ich auch nicht. Ich bleib im Irrgarten. Erstmal. Es ist gar nicht so easy, hier den Ausgang zu finden. Alter, ich höre richtig beschissene Geräusche hier. Hier tropft es auch von der Decke. Verdammt, ich dachte, ich hätte einen Marker gefunden oder so. Oh, was war das? Alter, ist das komisch. Das ist ein richtiges Scheißgame, Alter. Ich bin einfach tot, Mann. Echt? Ja. Will you continue? Ich respawne. Wo komm ich jetzt? You're on fire. Was? You're awake on level. Ich bin wieder, ich bin wieder. Ah, jetzt bin ich wieder in diesem Kack-Level. Hab ich meine Items jetzt verloren? Im ersten Level? Jetzt alle meine Items verloren? Nee, ich hab sie noch. Ja, im ersten Level. Okay, ich geh jetzt durch die Falltür, okay? Aha. Ich geh noch mal ins nächste Level. Wir sehen, wie es aussieht. Aber das Ding ist, ich sterb gleich sowieso. Ich hab nämlich gleich Durst. Oh, ich bin in der Burg. Oh. Junge, ich find den Ausgang nicht, Mann. In der Burg gibt's Geister. Toll. Der Geist wird meinen Arsch. Ich hab's gesehen. Sollen wir nicht? Ich dachte, man kann hier, man kann hier ein Lagerfeuer machen und so ein bisschen. Kann man ja auch. Wirklich? Wir haben noch nicht mal, wir haben noch nicht mal einen einzigen Blueprint gefunden. Äh, weiß ich auch nicht, ob man den finden kann. Du kannst einfach Sachen in deinem Inventar kombinieren. Aha. Das ist das schlimmste Backrooms-Game, das ich je gespielt hab. Ey, ich hab so geschrien wie eben auf diesem Folter-Level hab ich noch nie. Du denkst dir nichts Böses, auf einmal kommt irgendwas um die Ecke und zieht dir am Schwanz, ey. Was? Ja, so war's. Ich hoffe, du meinst den Schwanz, der an deinem Steißbein hinten dran hängt, ne? Ja, ja, klar, natürlich. Ja, gut, gut, gut. Ich finde den Ausgang nicht, Julfa. Du musst durch die Falltür. Mhm. Am Arsch. Oh, ich hab das nächste Level gefunden. Junge, leck mich jetzt wirklich. Nein, Spaß. An meinem dicken Otto, ey, wirklich. Das gibt's doch gar nicht. Aber wenigstens gibt's hier gerade keine Monster. Scheinbar, bis jetzt jedenfalls. Ich hab wirklich das nächste Level jetzt gefunden. Great, Bro, great. Ich nicht. Hm, geh mir mal durch. Ich komm hier nicht raus, Mann. Ich sterb eh gleich, dann bin ich eh wieder bei dir. Mhm. Ja, ich finde nix zu essen und zu trinken, Mann. Ich bin gleich tot. Ich hab's. Was? Ich hab's. Ja? Ja. Sehr gut. Oh, nice. Ja, ja, ja. Go down. Go down. Yes, yes. Danke. Oh, danke. Danke, danke, danke. My Lord, my Lord. Aber von welchem Level jetzt? Bin im Irrgarten. Bin im Irrgarten. Echt? Nice. Hä? Sehr gut. This phone doesn't seem to be connected to anything. Okay, hier ist ein Telefon. Irgendwer hat grad ein Bild von mir gemacht. Echt? Ja. Ich mach auch immer gern Bilder von dir. Julfa, ich komme. Wo war denn im Irrgarten der Ausgang? Hast du dir das wenigstens gemerkt? Ähm, ich bin irgendwann in so einen richtig langen Gang gekommen, wo es dann keine Abzweigung gab und da mittendrin war das Ding. Mhm. Mehr kann ich dir aber nicht sagen, weil ich bin einfach nur random rumgelaufen. Okay, nice. Ein langer Gang. War der Gang dunkel oder? Nö, das war alles. Das ist doch hell da, oder? Was ist das für ein... Was ist das für ein... Oh, shit. Nein! Nein! Was? Bist du tot? Nein, noch nicht. Still alive. Still kicking. Ich bin grad auf nem Level. Weißt du, wie das aussieht? Mhm. Es sieht aus wie ne Upside-Down-Version von Level 1. Oh, great! Toll. Also wieso, wieso... Wieso als wäre ich ein Stranger Things im Upside-Down? Hier ist alles so schattig und keine Ahnung. Ey, ich hab nen langen Gang gefunden ohne Abzweigung. Ich hab die Tür. Ich hab sie. Perfekt. Ist da schon wieder jemand ein Bild von mir gemacht? Halt die Fresse. Ich hör jetzt ne Kamera klicken und dann klick, klick, Bild. Okay, ich bin im Old Kingdom. Du auch? Äh, ich bin noch eine Ebene weiter unten. Junge, das gibt's doch gar nicht. Hören Sie doch mal auf. Hä, da war doch grad ein Item. Da war doch grad... Gibt's im Old Kingdom... Gibt's im Old Kingdom Monster? Ich hab keins gesehen. Ich bin da auch einfach nur durchgelaufen und dann war in so nem... In so einer Sackgasse war das quasi. War den... Ähm, war... Das Ding. Aber ganz ehrlich, der Stil ist auch irgendwie total weird, oder? Ja, ist schon ein bisschen strange. Ja, also... Alter, jetzt ist grad schon wieder so ein Rohr geplatzt. Da ist kein Vieh, sagt er zu mir! Nein, ich hab gesagt, ich habe keins gesehen. Da ist ein riesiges Brain-Vieh in dem Scheiß-Kickendem, Alter. Du kannst das Spiel jetzt ja gleich alleine spielen, Junge. Junge, ich war da. Mir ist nichts entgegengekommen. Kein einziges Mal. Hier ist auch kein Item, Mann. Hier ist kein fucking Item. Das stimmt. Items hab ich auch keine gefunden. Could be sold or traded. Aha. Great. Hört auf, Bilder von mir zu machen. Ach, hier ist... Oh, hier ist eine Überwachungskamera. Die macht die Bilder. Aber was sind das denn für Backrooms? Es sind doch keine Backrooms. Es sind doch Psycho-Rooms. Ja, die Backrooms sind doch Psycho-Rooms. Nee. Oh, mein Typ verdurstet bald. Ja, nicht nur deiner. Aber hier findet man ja auch irgendwie nichts. Oh! Oh! Was ist das denn? Oh! Oh mein Gott. Ich kann das alles nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. Bist du tot? Ja, natürlich. Von was? Wo werde ich jetzt gespawnt wieder? Nein! No, no fucking way. No fucking way. Back at the beginning? No fucking way. Ist das dein Ernst? Nein, ich will... In the Beninging. Nein, ich bin wieder in diesem Kack-Psychosen-Level. Ich kann das nicht mehr. Oh, ich hab was gefunden. Boah! Nee, nee, ich suche jetzt im ersten Level. Schaue ich mich jetzt um nach Nahrung und so. Ich würde nicht... Ey, ich könnte dir tausend Möglichkeiten geben, zu raten, was ich gerade gefunden habe. Aber du würdest nicht drauf kommen. Oh Gott, was war das denn, Mann? Da war ein Schatten vor mir. Was hast du gefunden? Ein Back-Coin. Ja, den kannst du in diesem Automaten hier, in den Back-Rooms... Ja. Da kannst du dir was zu trinken kaufen. Okay. Ich hab eben den Automaten gesehen. Ich laufe jetzt nur noch oben rum hier. Ich mach jetzt einen auf Single-Player. Okay. Oh Gott, die fucking Pipe, Mann. Junge, ich kann nicht mehr. Bitte stop it. Was ist denn der Automaten? Ich hab einen Apfel, Mann. Ich hab einen fucking Apfel. Nice. GGs. Ja, aber den kann ich essen. Also, das Spiel gehört verboten, wenn du mich fragst. Nee, wir wollen es jetzt nicht gleich übertreiben. Oh shit, was ist das? Doch, Mann. Oh mein Gott. Oh. Oh. Oh, no. Ich hab ein Radio gefunden. Erinnerst du dich an die Statue, die wir eben gesehen haben, die uns dann hinterher gingst, ist? Aha. Hier ist auch so eine, aber die schwebt komisch in der Luft. Hoffentlich tötet sie dich. Oh, ich hab eine Taschenlampe gefunden. Ah! Boah! Nice. Nice. Bist du tot? Boah! Nee. Ich hab mich nur übel erschreckt. So ein Kackschatten die ganze Zeit. Es kamen Hände aus der Decke und auf einmal kam auch Dampf raus und es war so laut, wie wenn so ein Rohr bricht. Und dann hab ich mich eingeschissen. Ey, wir haben uns verloren, Mann. Wir haben uns sowas so verloren. Nee, wenn ich gleich sterbe, bin ich ja wieder bei dir. Toll. Oh nice, die nächste Ebene. Oh Gott, ey. Ich werd paranoid. Was ist das, was ist das denn? Plansche? Ih, es sieht aus wie eine kriechende Hexe. Und es hat auch geschrien wie eine. Aber ey, Respekt an meinen Spielecharakter. Der Typ hat noch... Was ist das? Nein, okay, ja. Nein, nein. Oh. Nein. Nein. Was ist denn jetzt los? Ich hab Zigaretten aufgesammelt. Hui. Oh shit, oh shit, oh shit. Bist du tot? Gleich, ja. Na, oh, jetzt bin ich tot. Gut. Alter, ihr habt ein Telefon geklingelt. Mich haben zwei Viecher verfolgt. Und auf einmal kam noch so ein fliegender Skorpion oder so. Okay. Oh, den brauch ich jetzt aber dringend, du. Oh, ich will aber nicht wieder zurück in das Psychosen-Level. Ich bin's, Tim. Ja, super. Hi, Tim. Na, hast du schon überlebt mit den Backrooms? Ja, ja, eine Weile. Aha. Nicht so lange, wie ich gern gewollt hätte, aber... Oh, was ist das? You feel protected. Oh, ich hab ein Protection Jam. Oh, ich hab ein Schutzschild, Mann. Ich hab ein Schutzschild eingesammelt. Ey, ich... Sehr gut. Aber ich... Ich drehe ein bisschen durch. Ich seh die ganze Zeit irgendwelche Schatten. Dem geht's gar nicht gut. Ich hab meine Batterie... Ja, ich auch. Mein Typ hat auch schon etwas gesehen. Ich hab meine Batterie mit meiner Taschenlampe kombiniert. Die Batterie ist weg, aber die Taschenlampe ist nicht voll. Super. Hä, du warst doch gerade hinter mir. Ja. Ja, okay. Bin ich doch. Gut. Ja, was machen wir jetzt? Wo gehen wir hin? Weiß nicht. Junge, was heißt denn, du weißt nicht? Keine Ahnung. Ich bin immer noch am Verdursten. Ich hab auch ein bisschen Hunger. Meine Batterie hat sich gerade in Luft aufgelöst. Was weiß ich, was ich als nächstes mache? Wir sollten eine Waffe finden, oder? Mein Backcoin wurde mir auch geklaut. Ja, der verschwindet dann. Oh, hier. Da ist ein Telefon. Wieso kann ich das... Warte mal, ich hör Geräusche. Ich hör das Telefon. Oh, und ich hab... Ich hab Wasser gefunden. Echt jetzt? Bin drangegangen. Hallo? Ach, Quatsch. Ah, du bist ein Laberlachs, Mann. Ich bist gar nicht drangegangen. Da kann drangehen. Da steht doch Use. Ja, aber das hat bei mir nicht funktioniert. Hat's denn geklingelt bei dir? Nö. Bei mir hat's geklingelt. Ist jemand da? Hallo? Man muss ja irgendwie die Gitter hochbringen, oder? Okay, es geht niemand... Ist niemand da. Man muss doch die Gitter bestimmt hoch machen. Weiß ich nicht. Warte, was ist das hier? Ein blutiger Tatzenabdruck ist ja hässlich, Alter. Okay. Schnitthocks? Hier, pscht, pscht. Hier läuft jemand rum. Okay. Ich glaub, der will mich aufessen. Okay, pass auf, wir treffen uns in dem einen Raum, ne? Den du auch kennst. Welchen Raum? Ja, den einen da. Weißt du schon? Ach so. Ja, ja. Ja, gut. Einer ist da zweimal links, ne? Ja, genau. Dreimal rechts, zweimal links, einmal geradeaus und fünfmal schräg. Hier, da lang, so und hier. Okay, ich bin da. Okay. Wo bist du? Ich hab Kopfhörer gefunden. Geil. Ich bin dahin, wo ich gesagt hab. Ich bin in dem Raum, wo ich gesagt hab, dass wir uns treffen. Ja, ich bin auch da. Scheinbar hast du es nicht verstanden. Oh mein Gott! Siehst du, ich sag dir doch, du hast es nicht verstanden. Ich werde von einem schreienden Kind verfolgt, aber ich hab Milch und Chips gefunden. Oh, was ist das? Spraypant. Ey, ich nehm, ich nehm Sprühfarbe auf und dann ist es am Ende ne Wasserflasche. Was ist das für ein Scam? Das ist schon wieder Käse mit E. Ich hab Milch, Chips und ein Proteinriegel, Mann. Oh, nice. Ich hab ne CD eingesammelt. Ich muss nicht mehr sterben. Was, 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 was kann ich denn damit? Crafting. Warte mal, was? Boah. Junge. Mir geht's richtig gut. Ich hab gegessen und gedrinkt. Nur mein Typ. Oh, die geistige Verfassung steigt auch, wenn man isst und trinkt. Hab paar Prozent wieder dazubekommen. Ja, ja, aber das ist nicht so viel. Also das. Ja, ja, ich sag ja, paar Prozent. Ein Prozent oder so hab ich jetzt bekommen. Ich hab fast zehn bekommen, aber ich hab auch drei Sachen gerade gegessen und getrunken. Ein richtiges Festmahl erst mal gemacht. Ich hab grad zwei Backcoins gefunden. So, also, wir treffen uns jetzt in dem Raum. Dreimal links, viermal rechts, okay? Ich steh drin. Dreimal links. Ich hab nen Fernseher gefunden. Bist du das? Hey. Ja. Wieso kniest du hier so eklig? Was ist los? Ich hab... Ich wollte den Fernseher benutzen. Da ist noch ne CD. Ja, wie kann man den benutzen? Weiß nicht. Mit Use. Junge, ist das ein... Ich kann nichts machen. Oh, Dismantle. Was? Was kann ich machen, wenn ich's Dismantle? Dismantle? Ah, ich krieg viermal Plastik. Äh. Aber... Hä? Ich kann ihn nicht benutzen. Ich versteh's nicht. Wie kannst du Dismantlen? Ich versteh... Ja, Rechtsklick und dann Dismantle. Ich versteh dieses Spiel nicht. Oh Gott! Ja, im Inventar, rechte Maustaste auf irgendein Gegenstand und dann kannst du sagen... Ah, ich dachte, den Fernseher willst du auseinanderbauen. Nee, nee. Und dann kriegst du halt irgendwie so Sachen. Rubber und so Zeug. Rubber, labba, dab, dab. Aber du kannst halt nichts craften, weil wir ja nichts haben. Das stimmt, ist korrekt. Ich hab ne CD und Munition. Und ich hab Stoffsäcke. Great. Und ich hab Schiss. Ich hab die Hose voll. Lauf mal nicht so schnell. Ich will weiterbleiben. Ich hab Angst da. Oh, ne Nonne, Mann! Ne fucking Nonne! Warum ist hier ne fucking Nonne? Junge, ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Alter, das Game ist komplett bodenlos. Junge, das Game ist... Die hört nicht mehr auf, mir in der zu laufen, Mann. Du musst schneller rennen. Das ist echt übel hier. Ich bin tot. Oh, ich hab schon wieder so ne Puppe, die mir jetzt folgt. Toll. Die hat mich gekillt. Die hat mich gekillt. Echt jetzt? Die dumme Nudel. Oh, ich bin bei der Leiter. Da steht ein X-Level. Ja. Cool, ich geh da mal hoch. Cool. Hoch? Ja, weiß ich nicht. Da geht's scheinbar hoch. Was ist jetzt da? Was hab ich da jetzt gefunden? Oh ja, great. Ich bin am Friedhof, Mann. Oh, perfekt. Ja, sehr gut. Ich hab ein Campfire gefunden. Hier sitzt jemand. Mhm. Hier sitzt jemand. Ein Faceling. Der will mit mir handeln. Toll. Hier gibt's Steine bei mir. Steine. Boah, ich kann ne Muskete bei ihm kaufen. Also ich nicht, weil ich kein Geld hab. Aber ich könnte. Thomas, ja, bei mir ist alles weg. Also ich kann jetzt, hier gibt's nur Steine. Und einen Friedhof, einen riesigen. Oh, und er hat mir Sanity-Pilz gegeben. Er hat mir Sanity-Pilz gegeben. Die fett sich mir rein. Oh, die geben 25 Prozent. Ja, toll. Ich find das great, dass wenn man stirbt, die Sanity trotzdem am Arsch ist. Find ich super. Das ist richtig gut. Ja, das ist ein bisschen... Oh, perfekt, perfekt. Hier ist ein Baum in einem Grabstelle. Das ist auch super. Okay. In loving memory, Joey Jackson, 1897 bis 1969. Ich hab ne Banane gefunden. Oh, Crossbow Bolt. Oh, holy shit, man. Da gibt's also irgendwo nen Crossbow. Oh. Was sind das für Geräusche hier? Der Friedhof scheint der absolute Shit zu sein. Hier gibt's ganz viele Steine, hab ich das schon gesagt? Okay, crazy, ja. Der verrückt. Meine Taschenlampe geht hier nicht. Oh, cool. Ich hab Wasser gefunden. Warum spawnst du denn bei einer Leiter? Keine Ahnung. Weil ich auch mal Glück hab. Warum hast du dich allein gelassen? Ich hab noch mal Glück hab. Ich hab noch mal Milch gefunden. Milch? Ja. Trink aber nicht zu viel von der Milch, ne? Du. Ich mach, was ich will. Ich hab ne Ente gefunden. Ich find hier lauter Zeug. Ne Voodoo-Puppe, ne Ente. Ich werd hier in den Backrooms so dermaßen in den Teppich coaten. Das ist, das ist ja das reinste Lootvergnügen, was ich hier oben erlebe. Das ist wirklich extrem schön. Also ich war noch nie so glücklich wie in diesem Augenblick. Junge. Hör mal auf. Ne, wirklich. Also die Sonne, sie scheint mir förmlich aus meinem Arsch. Es ist unfassbar. Ist so gut gerade, sagst du? Ja, es ist wirklich unglaublich. Oh, guck mal, da war jemand auf dem Grabstein gesessen. Oh, ein Phone-Charger. Ich hab ein Phone-Case. Mann, ich finde, weißt du, was ich gefunden hab? Hm? Du hast ne Leiter gefunden, ne? Ja. Ja, ich hab schon wieder ne Falltür gefunden. Ja, das ist nicht gut. Oh, ich hab viermal Stein gefunden. Nein, geh hier hoch, zu mir. Nee, ich geh runter. Nein, geh nicht wieder in dieses Kack-Level. Ich geh da nie wieder hin, das ist mir völlig egal. Mal sehen, welches Level es ist. Oh, shit. Ist es, oder? Ja. Ja, natürlich. Was soll es auch sonst für ein Level sein? In Loving Memory. Ich find nicht mal, ich weiß nicht mal, wie ich hier rauskommen soll. Ich geh wieder hoch. Ich glaub, ich bin hier, ich glaub, ich bin hier jetzt für immer gefangen. Meinst du? Ja. Ich glaub schon. Hier gibt's ganz viele... Die lassen sich doch nicht freiwillig für immer da. Hier gibt's ganz viele Steine, hab ich dir das schon gesagt? Ich will auch ne Leiter finden. Ich finde das nur Löcher, in die ich reinspringen kann. Voll Kacke. So viele Steine. Steine, Steine. Und so viele Bäume. Steine und Beine. Was ist das? Eine Batterie. Vielleicht kann ich ja die Batterie jetzt mal wirklich mit meiner Tashing Lamp kombinieren. Yeah. Ich bin back. Ich bin back. Wieso soll ich das... Wieso soll ich das... Was ist das für ein Quatsch? Wieso soll ich da irgendwas droppen? Ich möchte... Boah, was ist das? Craften. Und noch ein Telefon. Oh, das Telefon klingelt. Ich geh wieder ran. Hallo. 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 Ist jemand da? Das Telefon hat sich in Luft aufgelöst. Oh. Ich hab Zigaretten gefunden. Ich hab ein Auge gefunden. Was ist das für ein Geräusch? Ich hab ein Auge an der Wand gefunden. Oh mein Gott. Was denn? Ich hab einen Stein gefunden. Okay, und? Ja. Was für ein Stein? Hier sind überall so viele Steine, Tjulfa. Das kann ich mehr. Ich bin kaputt. Was ist das hier? Du hast gesagt... Ich hab eine Schaufel! Oh mein Gott. Jetzt geht's los. Ich hab einen... So einen kleinen Holzkopf hab ich gefunden. Nice. Ich hab eine Waffe, Alter. Jetzt geht's los. So, wo seid ihr? Kreaturen der Nacht. Welt mit bedacht. Denn wenn ihr kommt... Kannst du den mit der Schaufel einen reinlöten, oder was? Ja, ich kann zuhauen mit der Schaufel. Oh Mann. Aber ich finde... An dem Radio hier bin ich auch schon dreimal vorbeigelaufen. Ich finde diese Scheißleiter nicht mehr, wo ich runterkomme. Ich kann nicht mehr. Es ist alles voller Steine. Vielleicht findest du auch eine Leiter, wo du hoch kannst. Okay, ich hab grad eine Gargoyen-Statue und einen Sack Kleider gefunden. Oh, die Animation zum Blocken ist auch super. Oh, was ist das? Was ist das? Wie schlecht wird mir hier. Ah, Kartoffelchips. Mh. Meine Sanity... Schmecki lecki. Meine Sanity ist bei 49%. Kann ich nicht eine Kippe rauchen, dass es besser wird? Schmecku lecku. Schmecku lecku, schmecku fazzi. Oh, was ist das? Oh, noch eine Idee. Ey, hier spawnen einfach diese Dinger. Es ist unfassbar. Ich komm hier nie wieder raus. Oh, was ist das? Holz. Oh, was ist das? Schon wieder eine Falltür. Verdammte Hacke. Ich will nicht wieder runter in die Folter-Rooms. Da werde ich gefoltert. Ich würde ja gern zu dir kommen und mit der Schaufel dann ein bisschen austeilen. Aber ich finde diese verdammte Leiter nicht, Mann. Ah, ich glaube, die Monsters sind alle im Urlaub. Ich habe es seit 10 Minuten nicht mehr gesehen. Junge, ich habe ein Baseboom... Pff, ich kann schon nicht mehr sprechen. Ein Baseboom-Schläger. Demon-less Kranium-Slayer. What? What? Alter, hier oben ist das reinste Loot-Paradies. Ich glaube, ich habe hier so ein richtiges... Oh, ich habe die Falltür gefunden, Bro. Ich habe wieder ein Lagerfeuer gefunden. Ich habe die Falltür. So, pass auf. Ich komme jetzt runter und dann gebe ich dir die Schaufel. Okay. Tjolfa? Ja? Wo bist du? Vielleicht wäre es ja gut, wenn wir Voice-Chat aktivieren im Game. Dann könnten wir uns hören, oder? Weiß ich nicht, ob das so gut ist. Du musst dich ja doppelt mit dir reden. Nö, dann musst du einfach nur deinen Discord ausmachen. Was ist er denn? Okay, wir finden uns schon. Oder? Toll, ich habe einen Holzkorb gefunden. Ich habe einen Plaschi gefunden. Ja, habe ich auch schon zehn Stück davon. Benutzen. Benutzen. Ich bin nicht hungrig genug, um zu essen. Ja, Digga, verstirb doch, Alter. Ah, nee, ich sehe gerade, ich bin gar nicht Athleten. Ich bin Elektriker. Laktosetoleranz. Ich fühle mich glücklich, weil ich die ganze Milch gesoffen habe. Oh, das ist aber schön. Oh, great. Wo bist denn du jetzt? Ich laufe hier rum. Ich bin am Radio. Da war ich, ich war eben auch bei einem Radio. Oh, was ist das? Oh, ich habe eine Banane gefunden. Oh, ich habe ein Handy-Ladegerät gefunden, Bro. Hello, Shred, your face. My face? Achso, den Händler gefunden? Ja, ja. Da war ich eben auch. Kann ich den, kann ich den, kann ich den killen? Boah, ich habe Wein gefunden. Okay, also ich verkaufe jetzt mal ein bisschen das Zeug. Oh, Zigaretten habe ich. Ich hoffe, wer halte ich. Oh Gott, ich bin tot. Oh mein Gott, ich habe eine ganze Flasche Wein getrunken. Dann war ich betrunken. Und dann hat mich ein schreiendes Kind getötet. Wie in real life. Echt, oder was? Ja, for real, Mann. Junge. Warte, ich respawne mal. Respawn ich bei dir? Ja, ja, bleib stehen. Ne, doch nicht. Wo bist du? Jetzt bin ich bei der Leiter. Ich kletter hoch. Echt jetzt? Ja, ich bin eben der Leiter gespawnt. Ich will auch mal beim Friedhof schauen. Hey, hier gibt es ja, hier gibt es ja, hier gibt es ja unendlich Wasser. Oh mein Gott, das ist ja wirklich ein Friedhof. Ja, natürlich. Was soll denn das? Hallo, wähl halt das Ding mal aus hier. Was ist eigentlich los mit dir? Du hast dir doch schon alles weggelootet beim Friedhof, ey. Ja, natürlich. Ich geh jetzt irgendwelche Monster killen, Mann. Das ist mir so egal. Ich geh da jetzt rein und ich hau jetzt jeden zu Brei. Ich hab jetzt... Das ist schon wieder ein Lagerfeuer. Mit der Schaufel, oder was? Schon wieder ein Lagerfeuer. Das ist so krank, das Game. Das Game macht gar keinen Sinn, dieses Spiel. Toll, ich hab keine Munition. Der hat mir eine Waffe verkauft ohne Munition. Du... Was ist er denn für ein Otto? Hey, wie konntest du die Waffe kaufen? Das hat ja doch 50 Credits gekostet. Ich hab mein Zeug verkauft. Ach so. Ich komm wieder runter. Ist voll scheiße auf dem Friedhof. A strange Elixier. Axolotlwater. Okay. Axolotlwater? Haben die Axolotl klein geschreddert, oder was? Ey, ich will jetzt irgendwas killen hier. Es reicht... Smiler? Aus wie Smiler. Yo, Bro. Du hast mir Käse hier. Batterie, du hast mir Käse verkauft. Komm her, komm her, komm her. Traden. Verkauft du überhaupt Munition? Was ist das? Nagel, Hunting Riffle, Schaufel, Blunderbass. Nö, tut er nicht, der dumme Hund. Nur eine Waffe hat er mir verkauft. Oh mein Gott, ich hab schon wieder die Trapdoor gefunden. Junge, ich hau dir eine rein. Jetzt warte. Ich laufe die ganze Zeit zu dieser scheiß Trapdoor. Ja, ich will doch gar nicht runter. Ich will erst mal ein bisschen was hier finden. Ich hab ne Gabel. Weißt du was ich hab im Inventar? Ich hab ne Gabel, Mann. Ja, ich hab tausend Sachen. Oh, ich kann den Typen nicht killen. So schade am Radio. Oh, ich hab noch einen Stoffsack gefunden. Heiliger Bim Bam. Jetzt, wo ist der Kettensägen-Typ? Komm schon, ich will meinen letzten Kampf mit dir kämpfen. Oh, jetzt hab ich hier den Sugarblast gefunden. Checkstock. Vendorstock. Hallo? Hallo? Oh, ich kann hier was verkaufen. Leute? Oh, ich hab noch einen Stoffsack gefunden. Kann ich mal ne Thunfischdose kaufen? Oh, noch ein Handyladegerät. Oh, nein. Junge, nach dem Spiel brauche ich ne Pause. Wir spielen die ganze Zeit. Wir haben uns noch kein einziges Mal außer dreimal kurz gesehen. Ich geh kotzen. Oh, ich hab das an dem Lagerfeuer wieder gefunden. Welches? Das ohne den Typen. Ich hab schon wieder hier Kleidung gefunden. Da warst du doch eben auch, oder? Ja, aber jetzt weiß ich wieder nicht, wo ich jetzt bin. Ich hab ne Leiter nach oben gefunden. Okay. Das ist wieder die Friedhofsleiter. Ich hab ein Phone Case gefunden. Oh, ich hör ihn. Jetzt, komm her. Komm her. Oh, noch? 28 Damage hab ich gedealt. Diesem Hund. Hau ihn kaputt. Alter, ich hab, wow. Ich hab ein Crossbow gefunden. Junge, ich. Junge, ich hab ne Armbrust einfach, aber ich hab keine Pfeile. Ich hab alle Pfeile grad vorhin verkauft. Ey, ich kann dieses Vieh. Ich hab's gekillt. Ich hab's gekillt. Echt? Ja, gib mir die Banane. Gib mir alles, was du hast. Du dummes Vieh. Du kackmist Vieh. Ich koste dich so. Oh ja, collect 5 Backcoins. Alter, ich hab so viele Backcoins jetzt. So viele Backcoins kannst du gar nicht buchstabieren. Oh Mann, ich will Armbrustbolzen haben jetzt. Junge, ich hab 18 Backcoins, Mann. Ja. Yes, Baby, yes. Oh, da ist der Nächste. Komm her. Komm her. Komm her. Vodok ist einfach komplett reich. Komm her. Komm her. Er kauft später die Backworld. Komm her. Komm her. Come at me, Bro. Come at me, Bro. Junge, ich bin schon wieder tot. Was? Ich brauch ne Valium-Tool-Fach. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Oh, ich hab noch ein Crossbow gefunden. Ich kann nicht mehr. Ne, das Game ist echt übel. Ich würde vorschlagen, die Leute schreiben in die Kommentare, ob sie noch mehr davon sehen wollen. Da vorne bist du. Ich hab dich gesehen. Wo? Wenigstens zum Verabschieden sind wir zusammen, du dummer Hund. Warte, hier. Hier. Was? Ein Crossbow. Wow, warte, warte, hier. Oh mein. Hol ihn raus. Ja. Aber ich seh ihn gar nicht bei dir. Siehst du meinen? Ja, ich seh deinen, aber der sieht irgendwie komisch aus. Naja, Leute, auf jeden Fall. Naja, egal. Tschüss. Schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt. Genau. Ciao, ciao. Ciao, ciao.